Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem SIKO Kanal. Hier stelle ich euch ab und zu mal das neueste von SIKO vor und auch alte Modelle. Diese Information war jetzt für dich, falls du neu auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen, lass gleich ein Abo da und ein Däumelein nach oben und gerne kannst du auch viele Kommentare drunter schreiben. Wenn du Glück hast, wirst du auch mal von mir gegrüßt. Heute grüße ich einen Abonnenten von mir, den BD977. Ja, was stelle ich euch vor? Ich stelle euch heute vor das SIKO FETES Set mit Artikelnummer 7507. Genau. Der Preis hierzu kann ich euch leider nicht sagen, da es mir zur Verfügung gestellt wurde. Und derjenige konnte mir auch nicht mehr sagen, was er bezahlt hat. Ich dächte, ich hätte dieses Set mal im Geschäft gesehen für 49 Euro oder 39 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau. Wer es ganz genau weiß, kann es sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Heute mal ohne Waage, weil die Waage in Benutzung ist fürs Backen. Naja, ich habe leider noch keine eigene SIKO Waage mir mal geholt. Aber vielleicht kommt es mal noch. Es ist der Weihnachten vielleicht, bringt der Weihnachtsmann mir eine SIKO Waage. Dass ich eine Waage habe, nur für SIKO. Egal. Folgendes. Erste Modell aus dem 3er Set. Dieser wunderschöne Porsche. Finde ich sehr gut, weil hier ist noch der Druck auf der Motorhaube und an den Seiten. Leider nicht hinten. Bei den aktuellen SIKO Modellen Polizei, Notarzt wird nur noch die Seite bedruckt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Anscheinend Kosten, Sparen. Ich weiß es nicht. Meine erste Frage an euch, liebe Freunde. Hat jemand von euch oder weiß jemand von euch, wo dieser Porsche fährt? In welcher Stadt? Weil hier in Sachsen-Anhalt, wo ich wohne, da habe ich so einen Porsche noch nicht auf den öffentlichen Straßen rumfahren sehen. Also als Polizeiwagen. Funktion des Fahrzeugs ist, beide Türen lassen sich öffnen. Wie ich merke, waren sie noch nicht sehr oft offen, da sie relativ schwer zu öffnen sind. Gummibereifung und Einzelradaufhängung. Ein schönes kleines Modell. Maßstab 1 zu 64, wie wir es kennen. Das zweite Fahrzeug. Ein VW Chiroco. Auch hier Motorhaube bedruckt. Die Seiten bedruckt. Leider nicht hinten bedruckt. Scheinwerfer sind nicht bedruckt, sondern aus Plastik noch. Und Scheinwerfer vorne nicht gedruckt. Eingesetzt. Bei dem Porsche auch hier Scheinwerfer nicht gedruckt. Und hinten auch Plastik. Funktionen des Fahrzeuges. Auch hier. Beide Türen können leicht geöffnet werden. Und gehen auch relativ schwer und straff noch zu. Finde ich super. Auch hier Einzelradaufhängung. Supermodell. Diese beiden Modelle habe ich leider noch nicht in Einzelvarianten gesehen. Anscheinend gibt es die nur wirklich in diesem Set zu erwerben. Ja. Was gibt es noch über dieses Fahrzeug zu sehen? Sehr schön. Auch hier habe ich noch nicht dieses Fahrzeug in echt gesehen. Also ein freier Wildbahn. Vielleicht in Berlin oder in den Großstädten fährt ein Chiroco als Polizeiauto rum. Und nun kommen wir zu dem Fahrzeug, wo sich viele LKW-Fahrer fürchten. Denke ich mir mal. Und zwar einmal Debug. Weiß jemand von euch, was BAG heißt? Falls nicht, es steht auch für die es wissen oder nicht wissen auf dieser Tür. und zwar Bundesamt für Güterverkehr. Die kontrollieren LKW-Fahrer und Transporter. Falls ich mich jetzt nicht richtig informiert habe, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Dieses Modell ist Maßstab 1 zu 50. Gibt es auch so nicht zu erwerben. Nur halt in diesem Set. Ein sehr schönes Modell. Schön bedruckt mit der Internetadresse. Auch hinten kein Kennzeichen, aber dafür schön bedruckt. Dieser Sprinter gibt es einmal als Taxi-Version. Und als Polizei kennen wir ihn. Und ja, Funktionen auch hier. Zeige ich euch jetzt. Man kann die Schiebetür, wenn man es kann natürlich nur, öffnen. Beifahrer und Fahrertür lassen sich öffnen. Auch hier relativ schwer. Anscheinend noch nicht sehr oft geöffnet wurden. Aber hinten, die Türen lassen sich sehr leicht öffnen. Die wurden schon öfters benutzt. Ein sehr schönes Modell. Und ein sehr schönes Set. Jetzt stellt sich die Frage, was gefällt mir von diesen Fahrzeugen am besten? Da muss ich wirklich zugeben, es ist der Chirogo. Der Chirogo gefällt mir am besten. Von diesen Fahrzeugen. Das war es nun. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Lasst gerne ein Däumlein nach oben da. Kommentiert bitte fleißig. Und empfiehlt mich weiter. Und ja, ansonst freut euch auf das neueste Video, was bald rauskommen wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Und einen fleißigen Nikolaus, der ja bald ist. Bis dann. Euer Steffen. Tschüss.